hallo fertig zur exkursion durch die höhlen von tony let's go miss luna kommt natürlich auch mit ok der einstieg ist hier hinterm carport an den ziegen vorbei hier geht das jetzt los mit dem torrente die ersten wasserlöcher und wenn man möchte kann man natürlich auch hier hochklettern überall es ziemlich steil aber es geht kommt hoch ja 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 also muss man nicht man kann auch den weg weiter laufen aber es geht ganz wichtiger hinweis an dieser stelle ohne feste schuhwerk geht hier gar nichts so schnell kann es gehen die inhaberin von lifestyle thinker sabine heinemann hat sich auf den popis gesetzt aua und knieweh getan nicht immer so feucht wie heute es hat stark geregnet die letzten tage aber gut hier sind stufen 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 geländer 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 hier ist es hier So unten ist der Canyon, da sind wir langgelaufen, da drüben das Haupthaus Hinkatoni, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde zehn unterwegs. Untertitelung des ZDF, 2020